Gabriel Clemens zeigt uns heute die Neurofeedback-Methode und wie sie ihm in der Wettkampfvorbereitung hilft. Und darüber hinaus haben wir einen tollen Rollentausch zwischen Radrennfahrern und Biketrial-Fahrern und eine außergewöhnliche Karriere der Weltkasse-Triathletin Svenja Thürs. Wir sind hier heute bei Marc Klinger im Schulungszentrum in Marpingen und ich mache hier Neurofeedback. Neurofeedback ist natürlich eine Sache für die Konzentration zu steigern, auf der Bühne dann einfach auch ruhiger zu werden, die Aufgeregtheit ein bisschen runter zu bekommen und es ist auch ein langer Prozess. Das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen mit Neurofeedback, dass man anfängt und direkt natürlich da besser jetzt wird. Aber man merkt, dass es Stück für Stück immer wieder besser wird und ich auch in manchen schwierigen Situationen dann einfach besser zurückkomme. Neurofeedback ist eine Trainingsmethode aus den Neurowissenschaften, die uns erlaubt, verschiedene Hirnareale über ein EEG zu betrachten. Elektroden messen unsere Hirnströme. Diese werden wiederum selektiert in der Software und über eine Rückkopplung zum Kopf zurückgeführt. Und durch dieses Belohnungssystem, diese Belohnungsaktivierung, wie wir sie genetisch haben, trainieren wir das entsprechende Hirnareal. Und zwar immer, wenn der Gabriel jetzt aus dem Fokus hier rauskommt, wird das Bild dunkel und der Ton verschwindet. Und wenn er im Fokus nochmal drin ist, bleibt das Bild hell und der Ton bleibt da. Zunächst hat er jetzt einen Joystick, mit dem er die grobe Ausrichtung von dem Drachen jetzt in diesem Spiel, in diesem Beispiel halt steuert. Jedoch um halt dementsprechend zum Beispiel springen zu können, Feuer zu sparen zu können und dass das Bild stabil, grad ist, muss ein Signal vom Gehirn rückgekoppelt werden an die Software, genau in diesem Areal, was er trainieren will über dieses Beta-Band. Ja, man muss sich halt extrem konzentrieren, man ist danach auch wirklich müde, also man merkt es dann einfach, dass man ein bisschen schlapp ist danach. Und ja, es ist halt einfach eine Konstruktionsübung quasi. Wenn andere Spieler versuchen, irgendwelche Tricks anzuwenden oder so oder Sticheleien zu machen, lasse ich mich eigentlich eh nicht wirklich davon beeinflussen. Ich bin eh jemand, die spiele mein Spiel und versuche das so gut zu machen, wie es geht und versuche dann natürlich so die Spiele auch zu gewinnen. Natürlich die Zuschauer sind natürlich auch ein Faktor, wenn 3000 in der Halle krölen, merkt man natürlich auch. Man weiß, dass Fernsehkameras auch eingerichtet sind. Generell auf einer Bühne zu spielen ist anders wie auf einem Florturnier, auf den kleinen Turnieren. Das ist eine Kombination aus allem. Dieses Neurofeedback hilft mir bei meinem ganzen Spiel. Mit Geschick und Koordination geht es weiter bei dem Rollentausch Bike Aid meets Bike Trial. Ich bin Matthias Schnappka. Ich organisiere gemeinsam mit Timo Schäfer das Team Bike Aid. Neben mir steht der Viktor. Das ist so Saarlands bester Trialsportler. Wir haben hier mal zwei sehr, sehr unterschiedliche Räder zusammengetragen. Also Viktor, was jeder irgendwie sofort wissen will ist, das ist ein Fahrrad, aber du hast ja keinen Sattel. Warum hast du keinen Sattel am Fahrrad? Also wenn jetzt irgendwie eine ganz hohe Sattelstütze da wäre, das würde ja nur im Weg stehen, wenn wir jetzt irgendwie hoch und weit springen würden. Freizeitfahrer haben immer das Problem, dass sie nicht den richtigen Sattel finden, weil es weh tut. Das ist eigentlich ganz einfach gelöst. Einfach den Sattel weg machen und da hat man keine Sitzprobleme mehr. Kann man mit dem Fahrrad auch irgendwo hinfahren? Also das ist natürlich jetzt nicht dafür gemacht, ist eher für Springen und Gelände ausgelegt. Grund dessen haben wir ja keinen Sattel hatten, keine Gangschaltung, kriegt man dann irgendwann ziemlich viel Muskelkarte, weil man ja nur in einem Gang fahren kann. Deine Felge vorne, die sieht ja irgendwie ganz komisch aus, da wo die bremst. Was macht ihr denn da? Die raunen wir mit einer Flex an, mit einer ganz ganz dünnen Flexscheibe, damit sie einfach viel griffiger ist und besser hält. Können sie ja mal bei dir später auch noch ausprobieren, das anzurauen mit der Flex. Da würde ich eher ungern mit der Flex dran gehen. Ihr habt so Klickpedale und nicht ganz normale Käfigpedale, die man vom Mountainbike kennt. Warum ist das denn eigentlich so? Man fühlt sich dann wirklich fest verbunden mit dem Rad und vor allen Dingen ist es eine ganz andere Kraftübertragung. Man muss den Fuß so ein bisschen zur Seite bewegen zum Ausklicken. Ein- oder zweimal an der Ampel, da steht so ein Radfahrer und der kippt einfach um und keiner weiß warum, weil der hat das noch nicht automatisiert. Was mir gerade als nächstes auffällt, ihr habt ganz ganz schmale und dünne Reifen. Das muss ich im Prinzip eigentlich so beantworten, dass für uns das mittlerweile ganz dicke Reifen sind. Vor 30 Jahren oder so waren Rennradreifen 18, 19 Millimeter dick. Früher dachte man ganz viel Luftdruck und ganz dünne Reifen ist gleich wenig Rollwiderstand. Wie viel wiegt denn grob so ein professionelles Rennrad? Also wir haben eine Gewichtsvorgabe, dass man da nicht drunter darf, das sind knapp unter 7 Kilo. Dein technisch kann man da weit drunter gehen. Also ich sag mal so verrückte Alpenüberquerer, die das Ultraleichtbike haben wollen und keine Rennen fahren, die bauen sich auch mal ein Rad mit 5 Kilo oder 4,5 Kilo zusammen. Wir haben uns gerade auch ein bisschen noch unterhalten und da hast du mir so dein Navi gezeigt. Warum genau braucht ihr das denn? Wenn wir zum Beispiel den Berg runter fahren, wo man auch mit einem Rennrad mal über 100 Stundenkilometer schnell werden kann, dann ist das halbwegs gut zu wissen, wie die Kurven sind. Würdest du mir zutrauen, dass ich mal auf deinem Rad sitze und setzt du dich freiwillig mal auf so ein Rad? Ja klar, selbstverständlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schwer ist, bin ich ehrlich. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass ich es kaputt mache, wenn ich jetzt da probiere hochzufahren. Also man merkt schon, dass es dafür gemacht ist, dass beide Räder auf dem Boden bleiben und nicht eher zum Rumspringen. Also ich habe mich ziemlich unwohl gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Hättest du mal Lust, mit meinem Rad zu probieren, hier den Brunnen runterzufahren oder hier gerade die Stufe? Wenn du mich irgendwie festhältst, dass ich mir nicht direkt alle Knochen crash, also können wir das mal ausprobieren. Der Lenker ist ja erstmal ganz weit vorne. Das fühlt sich schon mal ganz komisch an. Wenn ich damit jetzt fünf Stunden fahren müsste und ich dürfte mich noch nicht mal hinsetzen. Und es quietscht. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein absolutes Spezialgerät für Dinge, die man mit unseren Rennrädern besser erst gar nicht probieren sollte. Willst du das auch mal probieren? So viel kann ich mit einem Rad dann noch machen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste da drauf springen, ehrlich gesagt, ne. Aber wir können das ja jetzt nur umdrehen. Ich gehe jetzt mal 150 Kilometer trainieren. Und dann kannst du mit deinen Mini-Ritzeln mal mit mir mitfahren. Mal gucken, bis zu welcher Geschwindigkeit das geht. Also, auf geht's! Auf zwei Rädern geht's gleich weiter mit unserer Weltklasse-Triathletin Svenja Thürs und einem Einblick in ihre Karriere. Svenja Thürs, Weltklasse-Triathletin. Schön, dass du bei uns bist. Svenja, wie bist du denn eigentlich zum Triathlon gekommen? Das ist eine lustige Geschichte. Durch ein Gewinnspiel 2011 habe ich einen Startplatz für den 70.3 Mallorca gewonnen. Dann 2012 auf Mallorca gestartet. Ironman macht man ja, glaube ich, nicht gerade so aus der Hüfte raus. Genau. Mein Ziel war einfach nur, das Ganze zu schaffen. Das sind ja 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Laufen. Und das waren alles Disziplinen, die ich vorher nicht trainiert habe bzw. ich habe gar keinen Sport gemacht vor 2011. Nur ein bisschen gelaufen mit meinem Hund. Und dann habe ich diese Challenge auf mich genommen und wollte es einfach schaffen. Einfach diese Challenge auf dich genommen. Also ich meine, 90 Kilometer Fahrradfahren, 22 Kilometer Laufen und 1,9 Kilometer Schwimmen, das ist ja kein Pappenstiel. Also wenn man jetzt vorher nicht mega sportlich war, bedeutet das ja auch einen ziemlichen Trainingsaufwand. Ja, es war auch ein enormer Trainingsaufwand und mein Körper war auch nicht sehr dankbar darüber anfangs, weil ich sehr viele Verletzungen hatte. Aber ja, ich weiß nicht woher, aber irgendwie habe ich ein Talent dafür und deswegen bin ich immer noch in dem Sport geblieben. Das heißt also 10 Jahre jetzt, Triathlon ist ja schon eine gewisse Strecke. Das bedarf ja auch ein wahnsinniges Training, das da dahinter steht. Wie sieht denn eigentlich so der Trainingsalltag von Sven Jatös aus? Ja, ich habe jetzt den Trainer gewechselt, bin jetzt in St. Moritz und ja, morgens 7 Uhr schwimmen bzw. 6.30 Uhr im Sommer für 1,5 bis 2 Stunden. Dann haben wir 2 bis 3 Stunden Pause, gehen meistens dann nochmal aufs Fahrrad 1,5 Stunden, haben nochmal 3, 4 Stunden Pause und haben dann noch eine Einheit danach meistens auch Fahrrad. Was war jetzt so aus den letzten 10 Jahren dein persönlich größter Erfolg? Definitiv der Eimen-Kosumel-Sieg 2018. Gab es noch was anderes, was dir in guter Erinnerung geblieben ist? Ich war jetzt ja zweimal auf Hawaii, einmal als Altersklassenathlete 2016, als ich mich entschieden habe, ins Profilager zu wechseln. Da wurde ich 15. gesamt und habe alle Altersklassen gewonnen. Das war definitiv noch ein Riesenerfolg neben Kusumel und ja, die Qualifikation für Hawaii als Profi war natürlich auch gigantisch. Leider, das war 2019, nur leider hatte ich Magen-Darm-Probleme und wurde 20. Und was ist denn genau das, was dich in all diesen Jahren in dieser Sportart Triathlon so gefesselt hat? Ja, man hat sehr viel Zeit mit sich selber, man lernt sich sehr gut kennen, man weiß, wo die Grenzen sind und es ist so ein bisschen der Sinn des Lebens für mich. Ich lerne so viel über mich selber und auch meine Mitmenschen und vor allem auch den Fokus zu behalten. Ich glaube, das geht in unserer Gesellschaft ein bisschen unter, ein Ziel zu haben und das kann ich mit dem Sport sehr gut verkörpern. Was ist das nächste Ziel von Svenja Thürs? Oh, ja, ich habe jetzt mal zwei Jahre, mir zwei Jahre gesetzt, um zu sehen, wie weit ich bis dahin komme. Die Zeiten sind momentan sehr, sehr schwierig für mich und nicht nur für mich, sondern für generell Sport, Tourismus etc. Und dann schauen wir mal, was die nächsten zwei Jahre, was die nächsten zwei Jahre mit sich bringen. Was durfte Svenja in den letzten zehn Jahren über sich selbst erleben, erfahren? Definitiv meine Schwächen, dass ich mich gerne mal vor harten Einheiten drücke. Ja, diese Hürde zu überwinden, immer wieder aufs Neue sich herauszufordern, das ist definitiv, was ich gelernt habe, dass es funktioniert. Und man ist selber überrascht, was eigentlich alles funktioniert und was in einem Körper drin stecken kann. Wo liegt deine größte Stärke? Niemals aufzugeben. Vielen Dank, Svenja Thürs. Ja, nicht mehr mit zwei, sondern mit vier Rädern geht es dann in den nächsten Wochen hier bei Einblick, Sportler im Fokus weiter. Nämlich wir beschäftigen uns mit der Olympia Rallye 1972, das einmalige Revival 50 Jahre danach. Das war's америк Untertitelung des ZDF, 2020